Ja, wir rohen hier gerade Kartoffeln, die Sorte Belana mit einem FEN716 und ein Kartoffelroder der Marke Grimme, ein SE260 mit Überladebunker. Das Besondere an dem Überladebunker ist, dass die Bunkerkette sich halt auch zurückdrehen kann. Und weil wir alle Kartoffeln direkt auf den Acker in Kisten roden, ist uns das halt sehr wichtig, dass wir auch, wenn der Kistenwagen mal voll sein sollte und der Bunker noch nicht leer ist, dass der roder Tropf den weiterlaufen kann, indem wir die Bunkerkette einfach zurückdrehen und dass wir die Maschinen halt noch besser auslasten können. Und durch das Fallsegel, was an dem Bunker dran ist, fallen die Kartoffeln halt nicht so tief und werden noch etwas abgebremst, was dadurch besser für die Knollen ist und wir keine Beschädigung machen. Aber dadurch ist es halt auch sehr anstrengend für den Fahrer, sich gleichzeitig darauf zu konzentrieren, dass der Trecker gerade fährt, dass die Maschine läuft, dass alle Einstellungen, dass das alles passt und nebenbei sich noch mit den Bunkern und den Abbunkern zu beschäftigen. Also es ist schon gar nicht so einfach. Also es ist schon gar nicht so einfach, dass der Trecker gerade fährt, dass der Trecker gerade fährt, dass der Trecker gerade fährt, und wir haben Darmaka. Darmadaiert ist particle, dass der Trecker gerade fährt, dass er Poher dort ein etwas talvez mitten hat, dass es auf uns vielleicht nicht so einfach nur sonst machen kann. Zum Lच. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020